Das ist Fußball. Vor zwei Wochen, glaube ich, als wir in München verloren haben, hat uns jeder irgendwie abgeschrieben. Aber ich glaube, die Jungs, die letztes Jahr dabei waren, wir haben daraus gelernt, was uns letztes Jahr dann in Halle hier passiert ist, dass wir die Saison abgeschrieben haben, vier Spieltage vor Schluss. Da haben wir die Lehren rausgeschlossen, dass wir uns nach der Saison nichts vorwerfen lassen wollen. Egal, wie groß der Abstand ist, dass wir uns am 38. Spieltag in den Spiegel gucken können und gesagt haben, hey, wir haben alles gegeben, weil das war auch die Basis nach der Winterpause, dass wir gesagt haben, wir haben ja nicht gesagt, wir wollen aufsteigen. Wir sind einfach in die Spiele gegangen mit dem Motto, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube, damit fahren wir ganz gut, dass wir einfach dieses Spiel für Spiel weiterfahren. Und wenn wir das machen, schauen wir mal.